Sauerkraut. Das war, glaube ich, oder? War doch Sauerkraut auch, glaube ich. Ah ja, die Eisenklumpen muss ich noch wegdringen. Ah ja. Ja, die kannst du gleich in die Schmelze packen. Und ich habe gleich die Eisenklumpen da rausgenommen, äh, Eisenbarren, und bringe die dir gleich in den Rucksack mit rein. Okay. Dann kannst du da auch weiter. Bäm, bäm. Aber, da ist kurz was drin, das ist doch cool. So, der Motor noch, das Benzin geht ja jetzt gerade nicht mehr. Wir brauchen unbedingt Band 2. Ja. Hätte ich nichts dagegen, ja? Das ist mein Herz. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Und die Teile mitnehmen, ähm, das da schnell noch mit einpacken, okay, dann, wenn ich damit mal geschwindlos. Okay, so, die Eisenbahn weiter eingetan. Zack, zack. Das ist auch noch zement, ah, okay. Jetzt wird schon mal das direkt durch in den Rucksack wieder um. Das, das, äh, da, dann, nee, hä? Okay, also, Kohle brauchen wir in Zukunft, glaube ich, auch nicht mehr mitnehmen. Nö, das müsste gerade passen, gell? Mhm, schon die ganze Kiste voll. Das ist doch cool. Äh, nee, da nicht. Äh, Stahlbarn, wir haben auch Plastik. Okay, warte mal, das mache ich mal da kurz rein. Äh, was haben wir denn hier alles noch? Okay, die ganzen Klumpen, nämlich die mal mit. Äh, hier sind doch noch Platz, hier fehlen noch sogar noch drei Motoren in der Motorkiste. Äh, da gibt es schon eine Motorkiste? Ja, äh, neben den Werkzeugen rechts daneben ist die Motorkiste. Da, wo die Kohle unten drin ist, in der Mitte Motor. Achso, da oben drüber hatte ich Motoren reingepackt, ja. Achso, okay, ich wollte gerade sagen, weil das sind doch noch Platz für drei. Aber klar, wenn du die gerade erst angefangen hast, dann ist klar. Und so sieht's aus. Manchmal macht's auch Sinn, was du machst. Mhm, aber nur manchmal. Oh, bam. Genau. Ah, jetzt kann ich auch Salbe herstellen. Ah, sehr schön. Und? Ach, hier sind auch noch Motoren, dann nehme ich die Motoren mal aus der Ohren- und Wärmetauscherkiste raus. Na, wo ist das denn? Auch Putschmittel kann ich jetzt. Yeah, das gibt dann voll den Adrenalin raus. Ach so, gröne Weine, warte mal. Nehme ich die Motoren hier raus. Ach nee, da brauche ich, ah, da brauche ich Medizinstufe zwei. Und das Buch haben wir noch nicht. Nö. Und da brauche ich Medizinstufe drei um der erste Hilfesepp. Aber zumindest mal Salbe und Mageltapecken. Immerhin. Mhm. Okay, aber. Das hier. Ja gut. Oh, jetzt kommt wieder so ein blöder Staub daher. Ja. In der einen Schmelze mache ich jetzt rein in nur Eisenklumpen rein. Und in die andere packe ich alle anderen Klumpen rein. Okay, alles klar. Passt. Dann hast du die Frage schon richtig beantwortet. Aber das ist nämlich eklig voll hier. Ja, den Stoff könnt ihr auch immer gleich in die Apotheke rein tun, weil da wird er eh am Anfang gebraucht für Verband. Kommt zwar später Klamottenkist, aber kann da direkt so sein. Und hab ich da mehr. Oh, Entschuldigung. Ja, war mein Fehler. Rechts verlinkt. Du hattest vorlaufen. Aber ich glaube, wir brauchen mehr von diesen Schränken. Welche Schränken? Von den Medizinschränken. Und du brauchst mehr Munitionskisten. Von den Medizinschränken? Wieso? Da ist doch Platz so. Ja, ja. Da draußen meine ich. Okay. Ach so, ob ich das von mir gerade nach draußen rum, oder was? Mhm. Ach so, alles klar. Wenn ich's kann. Äh, warum kannst du nicht? Und du groß? Ja. Ich hätte gern alles in einem. Also in einem Schrank eins, weil wir jetzt wieder mal echt viel. Ja, das stimmt. Okay, ja gut. Das hat sich erledigt. Ich würde mal, wenn ich das mal hier raus. Das heißt, das brauchen wir aber auch nicht mehr so. Das ist ja auch ganz gut. Nee, Penicillin müsst ihr gerade nicht mitschleppen. Genau. Da haben wir gerade echt viel. Mhm. Okay. Hier seid ihr schon wieder durch. Warum? Ach, Eisenerz. Okay. Eisenerz, ja. Wieso? Da hat Eisenerz reingetan. Äh, wo? Na, in die linke, wo du Eisen drin schmelzt. Oder was meinst du jetzt? Äh, meinst du, wo ich Zement mache? Du, du meintest doch gerade die Späne. Nein, nein, Eisenerz, nicht Eisenklumpen oder so. Ach so, du meinst schon verarbeitet ist. Okay. Alles klar. Äh. Ähm. Ich habe das jetzt nirgends gefunden gehabt. Was denn? Und zwar, wie ich diese Nähsets herstellen kann. Ähm. Ist schon jemand gesehen? Weil wenn ich unter Technologie gehe, unter Apothekertisch, da kann ich keine herstellen. Also zumindest nicht unter den Apothekertisch. Hm. Ich gehe mal davon aus, das kommt vielleicht. Nee, da nicht, da auch nicht. Bist du da. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sieht das sich auch ganz. Ich hätte jetzt gedacht, das kommt vielleicht später irgendwo mal, aber... Ist das auch nix? Nö, gerade nicht, nö. Weihnachten. Nee, nicht wirklich, nö. Aber das ist echt nur finden. Was denn nochmal genau? Nee, Set. Nee, Set kannst du nicht herstellen. Nee. Aber nur finden? Ja. Also ich habe nix, noch nie was gefunden. Ah, da passt nicht, ja. Dann sind wir ja auf dem gleichen Level, ne? Pharmazeutische Ausrüstung, um Penicillin herzustellen. Aber wir finden so oft welche. Mhm. Ich will das nicht unbedingt lernen, oder? Nee, nee. Also ich habe bis jetzt auch noch nie Medizin gebraucht oder so, also... Oder bin ich noch weit entfernt? Naja. Soll ich alle. Okay, warte mal, ich packe das jetzt erstmal alles in die Kruschkisten rein. Oh, scheiße. Liegt im Klo und stinkt. Ja. Ja. Warum brauchst du dann den Alkohol? Den Alkohol brauchst du für Dings herstellen. Also für... Wie heißt das? Erste Hilfe? Penicillin? Adrenalin? Ja, ich glaube, für erste Hilfesetz brauchst du den Alkohol auf jeden Fall dann zum freischalten und auch, glaube ich, zum Herstellen. Okay. Aber ich kann noch nichts davon, weil noch nicht auf dem Level, deshalb kann ich da noch nicht so was zu sagen, ne? So viel zu sagen. Mhm. Und das Reiter sitzt drauf und sinkt, okay. Wo singst du? Äh, ich glaube auf dem Klo. Na, ich muss mein Ruckzeug, da ist er. Ich brauch mal wieder ein bisschen körperliche Stärke. Machen wir mal ein bisschen schlafen gehen? Sehr gerne, ich bin bei 8. Ich bin bei 43. Okay. Dann lass uns mal kurz ein Nickerchen machen. Wie lange? Drei Stunden? Ja. Gut, kann losgehen. Bin drin. Ich auch. Ungewittert. Ah ja, perfekt. Ist gut, dann werden die Dinger endlich mal wieder voll. Ich muss dringend ein Dach bauen. Und ich gehe ganz schnell das Wasser aus dem Dinges rausholen. Das wieder auffüllen kann gleich. Damit das gleich durchweg hier so, nämlich schon bei 50 Liter. Kann man das gleich sinnvoll nutzen. Ja, ich gehe mal kurz Zement und Eisenbaren wegbringen. Ja, das darfst du. Äh, so. Von der. Die waren alle leer. Was? Okay, so. Ja, das lassen wir noch. Sauber, sauber, sauber. Sauber, sauber. Sauber. Der Bär ist nicht sauber, nö. Ey. Voll schmutzig, die Sau. Äh, der Bär ist gut. Das ist immer gut. Ja. So, dann kann ich das hier schön wieder voll und voll und voll. Naja, ein paar Plastikflatten werden dann bald enden, aber das ist ja auch Sinn der Sachen. So, die sind alle jetzt da. Dann kochen wir das gleich mal ab hier. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Achso, nee, warte mal. Kann ich ein bisschen näher parken, dann muss ich nicht so weit laufen. Okay. Dann park mich halt ein bisschen näher, so. Ja, mach gleich. Das da rein. Zack, zack, zack. Da noch mal. Keine tragende Struktur, ja. Achso, da hinten erstmal. Geben wir mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ja, so. Oh, Cement, das ist voll, das ist voll. Ich brauche Eisenbarn. Ah, cool. Ja, cool. Ja, guck, guck. So. Schmutzig, schmutzig, alles schmutzig hier. Übel schmutzig. Voll schmutzig. Voll schmutzig. Wusste ich schon immer. Die Gedanken und alles voll schmutzig. Aber sowas von, ne? Ja. So, wie wir das mögen. Bist du dir da sicher? Ja, natürlich. Sonst hätte ich das ja so nicht gesagt. Okay. Ja, die letzte Endung war genau richtig. Alles klar. Ich glaube, ich bin zuerst auf Kaukstufe 5, oder? Wahrscheinlich. Ist ja auch nicht schwer. Okay. Ja, warte mal, was fehlte hier? Zement. Ah. Nein. Warte. Da. Okay, gut. Dann habe ich das, das und das. Oh ja, wunderbar. Prächtig. Okay, das ist oft nix mehr. Das heißt, rül, 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 saub, 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 saub. Ja, irgendwie das... Ähm. Mhm. 1, 2, 3, so, die sind voll. Die Base, die Hornbase nimmt immer Fortschritte an. Ach, gut. Zumindest äußerlich. Innerlich noch eine Katastrophe. Okay, die... Ja, nein, 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 ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja. Doch. Hä? Leicht. Mhm. Wie, 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 äh, sind wir eigentlich grad mit dem Rest ausgestattet zu Stöcke und, und all sowas? Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Ah, okay, ja, ist so ein bisschen halbvoll, das ist doch schön. Dann? Nee, dann nehme ich lieber die Kohle. Äh, nein. Okay, warte mal. Äh, nein. Die sind leer. Äh, nein. Äh, nein. Okay, ich stelle mal wieder Holzkohle hin, wir sind gar keine mehr. Brauchen wir so viel? Naja, ich würde sie lieber zum Kochen nehmen, weil, dann kann man mal öfters so, vor allem beim Wasserkochen so. Mhm, okay. Äh, beziehungsweise, ich kann mir auch so ein Stack mitnehmen hier von irgendwo ab. Mhm. Also, das stimmt, wir haben doch eh da, das mache ich denn. Ach, Melle, sag das doch gleich, Melle. Gaston. Na, dass wir doch genug Kohle haben, sodass ich die Kohle nehmen kann, anstatt... Wir haben genug Kohle, kannst du Kohle nehmen. Ach du, hättest du mir das jetzt nicht gesagt, ich werde echt... Also... Ist in deinem Auto eigentlich noch meine Axt? Oder hast du die aufgerollt? Hm, in meinem Auto ist keine Axt. In deinem Auto war eine Axt. In meinem Auto ist auch keine Axt. Also nicht, dass ich bewusst... Doch, doch, in dem Auto... Doch, da war eine drin. Da ist noch. Ich hab sie wieder. Alles ist... Fein gehabt. Dann hab ich nämlich Pilze, Kräuter... Gut. Ich nehme mal Spitzhacke mit. Stahl, Stahlhacke, zwei Stück. Weil ich geh mal kurz ein bisschen Leben besorgen. Guck mal. Nee, beziehungsweise... Warte mal, ich brauch ein kleines bisschen... Essen. Ähm. Nee, nee, warte, ich brauch ein kleines bisschen Eisen. Nicht viel. Aber warte mal, erst mal trinken und essen wahrscheinlich, ja. Äh. Das bin mir auch grad aus. So, Proteine. Dann ist das fast ruhig. Mhm. Ich hab leider schon wieder eine. Zack. Ah, nee, der ist schneller gewesen. So, bitteschön. Danke dir. Gerne. So, dann kann ich jetzt von draußen nach drinnen das Essen mal einsortieren, ne? Ja. Da ist nix. Da ist eine Spitzhacke. Ach, das ist ein Motorrad. Den können wir noch mit reinnehmen. Äh, das nicht. Da ist Essen. Da ist meine Nährstofflösung. Sehr schön. Einen guten Appetit. Andit. Mhm. Einen guten Appetit, genau. Einen guten Appetit. Hä? Während ihr da beschäftigt seid, sortiere ich euch nochmal ein bisschen weiter ein. Ja. Hm. Ich glaub, hier hat die Benzin, kennst du noch her. Ich kann nicht so viel laden gerade. Doof. 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 Ich rette mir überall vorbei, überall unfertige Sachen, ja? Mhm. Ja. Ich kann leider nicht essen, dann. Alles gut. Ach, Essenkulten ist komplett leer, okay. Verstehe. Wie immer, ne? Also, das findet man auch nicht so. Proteine, ja. Das ist stimmt, ja. Aber wir haben ja auch sonst genug da, das ist ja kein Thema. Zeitschriften. Ja, da passt noch was rein. Oh, ein kleines bisschen Eisenerz kurz holen, damit die Zementproduktion weiter rennt. Weithin. Ähm. Oder lieber Mais. Karotten. Eigentlich alles zu schade, aber egal. Wir hauen sie jetzt einfach mal hier rein. So, bam. Die Bagage ist wieder raus aus der Küche, so muss ich es recht. Der ganze Chefkoch weiter kochen. Alles wieder freigelassen. Ja, sehr schön. Sehr gut. Ja, später geht's schnell, wenn wir einen Kühlschrank haben, weil da kannst du alles vorkochen. Wir kommen rein, essen ganz kurz und gehen wieder. Genau. Theoretisch. Ja, aber das ist ja kein Problem, da hast du einen Herd, da ist das Hochzuck erledigt. Ja, richtig. Da macht das auch vier Flammen, dann quasi, ähm, kannst du so viel dumm und dämlich und das geht ruckzuck. Das geht ruckizucki. Ja, ja, ja. Ruckizucki, jajajaja. Weil der halt zu hell ist. M.M. Nein, ich will irgendwann das Dach mal fertig haben. Ja. Das glaube ich. Ich sage ja, momentan konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die Hordenbase. Ja, wir versuchen dir ja zu helfen, aber wenn ich dann gerade Zeit habe, dann mache ich halt hier weiter, ne? Ja, ja, eben. Man muss halt erst nochmal ein Stockwerk dazulegen, die halbe. Richtig. Das ist ja, was ich gehe jetzt einfach erstmal kurz ein bisschen Leben gleich holen, noch, damit die Lebensziegel weiter produziert werden. Ja, genau. Und dann ist das meiste eigentlich nur eine Sache der Zeit. Guck, Schlafzimmer und Wohnzimmer ist schon fertig. Mit aufbocken. Na siehste. Das blöde ist, man kommt irgendwo hin und schon wieder steht ein neuer Schrank da oder steht noch irgendein. Der Kamin steht glaube ich jetzt schon seit Wochen da und möchte fertig gemacht werden. Nö, der ist nicht weg. Nein, aber der steht schon seit Wochen da und möchte doch so gerne eingeweiht werden. Ja, ne, ne, eblich, gell. Der Arme, der hat so schwer. Motor, Motor. Ach, jetzt ist er voll. Ne, jetzt ist er voll. Dann macht er eben doch wieder Wärmetausche und Motor. Motor. Nein. Ja. Okay, Leben, Leben, Leben. Da in den Kisten war kein Leben mehr, ne? Warte mal. Das war, ne, da war alles Stein und Stahl. Ball und Stein. Da kommt Schnaudo, ich höre es, ich höre es genau. Hey. Le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Gen reinforced. Warte, haben wir hier noch Plastik. Plastik. Kommt da rein. nein nein ja man sieht die bäume nicht so gut ja das einschalten ist doch immer schwierig hier war ich fertig was fehlte denn da baumstimme flasche so zwei flaschen einstecken da räumen am stein leben ziel ja ich gerne der ist immer noch leer alles da und die ich ja also klumpen drinnen so klumpen dann tun wir erst mal den einen rucksack schon mal wieder rein jetzt noch was möchtest du drinnen haben eine solaranlage nee war so klar dem hier war eh nix ach so hier war alles andere drin genau jetzt hat es geschafft stonehenge hat sich da drinnen verewigt zu viele steine wie da drin ist das machen wir anders machen wir die eisen direkt untereinander dann sind sie nachher einfach zu finden das ist alu ok auch stürmerio noch stöcke oder blanken bevor ich alle weg nehmen das ist doch gut das ist doch saubär und dafür brauchen wir noch holzkohle holzkohle ja eine einzige tanke ok so typisch ja das hat es manchmal in sich das sieht alles schön aus hier das sieht gar nicht schön aus und bm so viel schöner oh ich 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 Oh, damn it.